Neu Also man sollte nirgendwo gegen, aber Achso, man muss eigentlich nur in der bestimmten Zeit abliefern, oder? Eigentlich ist es egal ob man damit irgendwas rammt. Oh scheiße, erst mal die rammt. Doch, wenn man zu viele rammt, dann ist die gescheiter Dimension. Echt? Okay, ist bei mir noch nie passiert. Ja, sehr sehr Echt?